Das Tuch, eine wahre Begebenheit Vor vielen Jahren wurde ein Pastor innerhalb Amerikas auf seine erste Mission in die Umgebung von Brooklyn entsandt. Als er seine Kirche erblickte, war er enttäuscht, da sie sich in einem schrecklichen Zustand befand und viel Arbeit brauchen würde, um am Heiligen Abend den ersten Gottesdienst feiern zu können. Es wurden die Bänke repariert, die Wände verputzt und bemalt und am 18. Dezember war alles fertig. Tags darauf gab es ein fürchterliches Unwetter. Als der Pastor dann in seine Kirche ging, war er wie vom Donner gerührt. Das Dach war leck geworden und der Verputz einer großen Wand war abgebröckelt, genau beim Altar, wo es jeder sehen konnte. Er kehrte den Schutt zusammen und überlegte, den Weihnachtsgottesdienst absagen? Nein, das war unmöglich. Auf seinem Weg nach Hause ging er zufällig durch einen Flohmarkt und entdeckte ein wunderschönes, handgeschicktes Tuch. In der Mitte war ein großes Kreuz. Es könnte groß genug sein, überlegte er, um den riesigen Fleck in der Kirche abzudecken und kaufte es. Zu diesem Zeitpunkt begann es zu schneien. Als er bei der Bushaltestelle vorbeikam, sah er eine ältere Frau, die den Bus gerade verpasst hatte. Der Pastor bot ihr an, in seiner Kirche zu warten. Sie setzte sich, während der Pastor das Tuch aufhängte. Es versteckte die hässliche Stelle zur Gänze. Dann bemerkte er die alte Frau, die im Gesicht ganz weiß geworden war. Sie betrachtete das Tuch und fragte ihn, woher er es habe. Er erzählte ihr vom Flohmarkt und sie bat ihn zu überprüfen, ob in der linken unteren Ecke die Initialen E, B und G eingestickt seien. Der Pastor beeilte sich und schaute nach. Da waren sie. Es waren ihre Initialen, die sie vor 35 Jahren hineingestickt hatte. Sie erzählte, dass sie und ihr Mann vor dem Krieg gut situierte Leute waren. Als die Nazis kamen, musste sie fliehen und ihr Mann wollte nachkommen. Doch er wurde verhaftet und in ein Lager gebracht. Sie sah weder ihren Mann noch ihr Zuhause jemals wieder. Der Pastor wollte ihr das Tuch sofort geben, aber sie sagte, er möge es für die Kirche behalten. Darauf bot er ihr an, sie in seinem Auto nach Hause zu fahren. Sie wohnte auf der anderen Stadtseite von Brooklyn in Staten Island. Die Gläubigen feierten einen wunderschönen Gottesdienst. Die Kirche war fast zur Gänze überfüllt. Ein Mann, der Pastor kannte ihn aus der Umgebung, machte nach der Messe keine Anstalten nach Hause zu gehen, sondern starrte nur auf das Tuch. Dann sagte er, dass er einmal genau so ein Tuch, welches seine Frau gestickt hatte, besaß, als er noch in Österreich gelebt hatte. Er erzählte dem Pastor, wie die Nazis kamen, wie er seine Frau weggeschickt und gehofft hatte, nachzukommen. Seit damals habe er nie wieder seine Frau gesehen. Der Pastor fragte ihn, ob er auf eine kleine Autofahrt Lust hätte und mit ihm fahren würde. Sie fuhren nach Staten Island, wo er die alte Frau vor einigen Tagen hingebracht hatte. Er half dem alten Mann die Stufen in den dritten Stock hinauf und klopfte an die Tür. Das waren die schönsten Weihnachten, die man sich nur vorstellen kann. Ich bin zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017